Ich glaube, der Künstler, den ich Ihnen jetzt präsentiere, der hätte aus beiden Ländern jeweils zwölf Punkte bekommen. Denn wer ihn einmal erlebt hat, der ist total begeistert von Igor Epstein und seiner Geigenshow. Mein Damen und Herren, jetzt. Spanjol! Sonniets! Jimmy Hendrix, live! Einfach festhalten, nähen die Augen, schauen, konzentrieren. Applaus! Meine Damen, seid ihr da? Meine Damen, seid ihr da? Das interessiert mich jetzt schon. Haben Sie jemals in Ihrem Leben Geige gespielt? Nee, noch nie. Noch nie? Diese Dame ist talentiert, oder? Ja. Ja, Igor, oder kann jeder mit Ihnen geigen? Jeder. Jeder? Ja, sogar Sie, lieber Carmen. Sollen wir probieren? Wirklich ganz, ganz einfach. Einfach festhalten. Nehmen die Augen, schauen, sich konzentrieren und los! Applaus! 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 Dankeschön! Applaus! Applaus!